Ne, ist schon okay. Jetzt macht doch nichts, ne? Die Luft ist richtig gut, ne? Ja, ist herrlich. Kommt mir vor wie Herbst, nicht wie Winter, ne? Ja, nee, überhaupt nicht. Aber morgen, ja morgen soll es noch ein bisschen getrockn sein und Montag soll wieder plätschern. Erst diesen Schnee, Regen, wir können es ja nicht entscheiden. Also es wäre ja schon schön, wenn es morgen rückt.